yes die dhv news vom 29 oktober 2021 mehrheit für legalisierung kanada schwarzmarkt schrumpft kein anstieg bei jugendlichen herzlich willkommen bei den dhv news wir haben heute einen feiertag hier ganz großen meilenstein gefeiert auch schon eine sektpulle aufgemacht wir feiern denn wir sind mainstream ab heute aber erst mal ein bisschen vorgeplänkel werde ich euch noch liefern wie üblich erstmal ein hinweis auf ein video bei uns im kanal was zwischendurch hochgeladen wurde zur mary jane die hanfmesse in berlin da haben wir ein paar schicke aufnahmen von den leuten und sachen ja guck mal rein wer los habt und wieder der hinweis wir haben ganz viele medien gehabt diese woche also cannabis legalisierung insgesamt ging munter so weiter wie die wochen davor auch ein artikel nach dem anderen hier und da mal was im tv kann man bis ganz allgemein aber auch der dhv oder auch ich persönlich der zitiert worden ist könnt ihr mal ins medienecho nochmal gucken bei uns ich bin nicht sicher ob ich das alles eingetragen kriege bis morgen so noch einiges zu tun ja und was mein highlight der woche war medienmäßig diese woche waren die suchtberater beziehungsweise seit den letzten news ja die letzten news gedreht worden eigentlich am freitag schon letzte woche aber die suchtberater haben sich eingemischt das finde ich mal besonders schön ja wenn dann mal gewarnt wird vor den folgen und so weiter des cannabis konsums deswegen muss cannabis verboten sein wenn dann diejenigen die mit den folgen des cannabis konsums irgendwie auch arbeiten müssen selber sagen legalisierung ist besser und da habe ich mal vier überschriften rausgesucht vom tagesspiegel ostdeutsche suchtärzte fordern kontrollierte cannabis freigabe schwarzwälder bote fachstelle sucht in rottweil für legalisierung von cannabis moz warum die legalisierung von cannabis der jugendsuchtberatung in strausberg helfen könnte westfälische nachrichten leiter der caritas beratungsstelle helmut henrich zum thema cannabis legalisierung ein wichtiger schritt vier überschriften innerhalb kürzester zeit die sich irgendwie auf suchtberater berufen die alle die legalisierung fordern ja großes kino also da bröckelt dann im prinzip auch das argument cannabis muss verboten sein weil es gefährlich ist und ja ganz das neues ist eigentlich nicht weil zum beispiel schon beschlüsse bestehen der kompletten suchthilfe landschaft in berlin und in hamburg schon vor längerer zeit die alle gesagt haben legalisierung ist auch für unsere arbeit besser und für die betroffenen dann gab es noch eine diskussionsrunde im rbb fernsehen auf die ich hinweisen will da war nämlich neben richter müller professor thomasius auch unsere kollegin vom dhv maria krause und die hat dabei ihr tv debüt abgeliefert erster ausschnitt also ich denke es ist endlich an der zeit das verbot hat in den letzten jahrzehnten überhaupt nichts positives bewirkt es verhindert den konsum nicht es verhindert tatsächlich eher faktenbasierte aufklärung ja und damit bin ich dann auch gleich beim krassen thema dieser ausgabe denn es wirklich zeit für legalisierung umfragen zur meinung der deutschen in sachen cannabis legalisierung waren immer ein wichtiger gradmesser für unsere arbeit ja wie weit sind wir da gekommen wie weit fruchten unsere argumente können wir leute überzeugen und in früheren zeiten gab es solche umfragen nicht regelmäßig den handverband gibt es ja seit 2002 ich bin mache schon noch länger drogenpolitik und da also ich kann mich nicht erinnern dass vor 2010 irgendwann mal eine zustimmung zur legalisierung von mehr als 20 prozent gemessen worden ist da lag immer darunter von daher ja da hat sich schon eine menge getan aber es gab in früheren zeiten auch keine vergleichbaren umfragen wurde immer mal irgendwie anders gefragt und wie letzte woche habe ich auch eine umfrage gehabt wo die zustimmung viel geringer war wo dann gleichzeitig als angebot auch cannabis als medizin angeboten wurde also mehrere antwort möglichkeiten wie man sich cannabis vorstellt cannabis politik vorstellt dann wird es halt die fuß das ergebnis wir machen seit 2014 jedes jahr eine umfrage repräsentative umfrage beziehungsweise wir lassen die machen bei infratest die map immer die gleiche das gleiche institut und immer fast gleiche fragestellungen nur die einleitung mit den aktuellen bezügen ist etwas anders aber grundsätzlich ein bisschen vereinfacht da sind sie für die legalisierung von cannabis im sinne von fachgeschäften für erwachsene ja nein ja relativ einfach über der ersten umfrage 2014 lag die zustimmung dabei 30 prozent der wert stieg dann langsam in den folgejahren und bewegte sich in den letzten drei jahren zwischen 44 und 46 prozent hat so ein bisschen stagniert und jetzt ging es dann wieder richtig vorwärts ja eigentlich könnte man aber auch sagen ist ja egal ob wir eine mehrheit haben oder nicht wie viele leute dafür sind weil alle argumente für die legalisierung sprechen cannabis das verbot von cannabis sogar verfassungswidrig kann man mit mit gutem grund behaupten auf jeden fall auch die kriminalisierung der konsumenten soll die politik halt einfach machen weil vernünftig ist und nicht weil eine mehrheit hat ja andererseits wollen die parteien natürlich auch darauf achten was die wähler wollen weil die ja irgendwie wieder gewählt werden wollen und dann machen natürlich nicht jetzt andere sachen die nur vernünftig sind aber keiner will und ich selber als überzeugter demokrat wollte auch immer eine mehrheit hinter mir haben sozusagen hinter dem kampf für die legalisierung weil dann einfach alles viel einfacher wird ja und offiziell festzustellen dass man auch keine mehrheit hat kann natürlich auch schädlich sein oder schmerzhaft sag ich mal ja man muss halt selber auch wissen wo man steht dann irgendwie und das akzeptieren unsere gegner haben da natürlich schön immer sich auf die hv umfragen auch berufen paar zitate 2019 daniela ludwig hat in der welt gesagt ich sehe keine politische und gesellschaftliche mehrheit für die freigabe von cannabis 2015 marlene mordlein apotheken umschau selbst in einer aktuellen umfrage die von den legalisierungsbefürworten in auftrag gegeben wurde sprachen sich über zwei drittel der befragten gegen eine freigabe von cannabis an erwachsenen aus und jetzt frau merkel ja das habe ich gerade erst wieder gefunden das habe ich jetzt nicht mehr so richtig auf dem schirm gehabt aber auch ja dann ja gesehen die hat sich auch 2015 geäußert und ganz konkret den handverband genannt auf so einem portal für frage direkter zugang zu politikern hat es immer so eine cannabis frage beantwortet merkel der freigabe von cannabis zu genusszwecken hingegen erteilt auch die bevölkerung eine klare absage das geht aus einer umfrage vom oktober 2014 von infratest lima im auftrag des deutschen handverbands hervor merkel hat unsere umfrage wahrgenommen jedenfalls ihr team sag ich mal danach haben sich 68 prozent der befragten gegen eine legale und regulierte abgabe von cannabis an erwachsenen ausgesprochen für eine unbegrenzte freigabe von cannabis ist weit und breit keine politische mehrheit in sicht ja mal abgesehen davon hat von unbegrenzt natürlich sowieso nicht die rede ist sondern von einer regulierung eines jetzt unbegrenzten marktes habe ich mir solche zitate natürlich immer gut gemerkt ja um die dann umdrehen zu können wie ihr seht habe ich sie gespeichert ja selbst merkel ich vergessen hatte habe ich dann sofort wieder gefunden und ich wollte den spieß umdrehen und das kann ich nämlich jetzt weil die umfrage des der frau infratest lima 2021 in dieser woche durchgeführt wurde die ergebnisse ganz frisch hier eingetroffen sind und sie da eine hauchdünne mehrheit von 49 prozent für die legalisierung mit 46 prozent leuten die dagegen sind das keine keine absolute mehrheit über 50 prozent aber eine einfache mehrheit es gibt eben mehr leute die sagen cannabis soll erlaubt also legalisiert werden als die die sagen es soll nicht legalisiert werden allerdings infratest lima gibt die ungenauigkeit die schwankungsbreite bei um die drei prozent an plus minus drei prozent können da also abweichungen möglich sein um auch um darauf hinzuweisen spricht infratest nicht selbst nicht von einer mehrheit so wie ich das hier jetzt tue ja infratest sagt ja es gibt keine mehrheit sondern die eine hälfte sagt das die andere hälfte sagt das ändert aber nichts dran mehr beteiligte haben sich mehr befragte haben sich für die legalisierung ausgesprochen als dagegen und das zum allerersten mal der fall in deutschland in einer repräsentativen umfrage eines renommierten instituts das eben nicht nur online umfragen macht da habe ich sowas auch schon mal gesehen wenn jetzt wirklich nur online stimmen gesammelt werden aber so wie die das machen mit verschiedenen telefon anrufen festnetz handy und auch einen gewissen anteil online mittlerweile das sind doch einigermaßen handfeste ergebnisse sieht man auch in dem wahlergebnis sind die weichen jetzt nicht kilometerweit ab von dem was am ende rauskommt meistens ja in der regel jedenfalls und ja das ist schon konsistent das ganze irgendwie glaubwürdig auch wenn eine drei prozent abweicht für uns auf jeden fall eine premiere ein meilenstein also ich war irgendwie ganz hin und weg als ich da nach 25 jahren kampf für die legalisierung diese datei geöffnet habe heute nachmittag und dann stand da 49 dafür 46 dagegen ganz bewegender moment ganz groß kino und selbst wenn man das jetzt noch nicht als mehrheit deuten mag wenn man gerne über 50 prozent hätte und weil das infratest die markt auch nicht sagt was auf jeden fall dann auch stimmt ist dass die verbots befürworter auch keine mehrheit mehr haben ja also meine lieben damen ludwig mordler merkel sie haben keine demokratische mehrheit mehr im rücken für eine repressive cannabis politik und liebe ampel verhandler es ist zeit für legalisierung und damit komme ich nach kanada wo es auch gute nachrichten gibt eine neue große untersuchung zu den auswirkungen der legalisierung viele daten zusammengefasst professor von der uni der dann jetzt noch mal ergebnisse berichtet und das ist wichtig weil auch in deutschland natürlich gerade besonders viel verwiesen wird auf die länder die schon legalisiert haben und die gegner und warner wie die polizeigewerkschaften und professor tomasius sich dann immer darauf berufen und sagen ja da drüben über den teich geht gerade die welt unter weil die kann haben es legalisiert haben alle noch bekifft und so und die wesentlichen behauptungen jetzt wieder ernsthaft zu machen es gibt nach der legalisierung mehr jugendlichen cannabis konsum ist die eine behauptung und die andere ist dass der schwarzmarkt ja weiterhin existiert und dass deswegen die legalisierung gescheitert ist zum beispiel in kanada weil eben der schwarzmarkt nicht komplett verdrängt werden konnte ja und so auf beide studien ist diese geschichte schön eingegangen also beide fragen ist die studie schön eingegangen ging schön durch die deutschen medien und ein erster ausschnitt von der tagesschau was nicht passiert ist dass jugendliche leichter an cannabis gelangen oder es für sie normaler geworden ist es ist also eine win win situation wir haben mehr kontrolle bei den erwachsenen und es ist für die jungen leute nicht attraktiver geworden also haben es alle gehört ja jugendliche kiffen nach der legalisierung nicht mehr als vorher wir orientieren uns da wirklich an den fakten und daten und studien die uns vorliegen und die zeigen ganz klar das sehen wir auch in anderen ländern dass zum beispiel auch der konsum unter jugendlichen nicht ansteigt ja diese gefahr diese angst die möchte ich ihnen gerne nehmen verschwunden ist der schwarzmarkt tatsächlich nicht das stimmt so weit jeder zweite kauft noch illegal das berichtet auch der gesundheitsexperte david hammond doch mit jedem jahr würden es weniger aber da werden auch gleich gründe dazu geliefert warum das nicht sehr schnell geht mit dem umstieg auf den weißen markt was man vielleicht in deutschland auch besser machen könnte wenn wir jetzt davor stehen kann bis zu regulieren welche hebel wir in der hand haben damit das schneller geht mit dem umstieg vom schwarzmarkt nächste ausschnitt mit dem schwarzmarkt kriege ich das produkt zu sehen die preise sind niedriger und ich bekomme meist bessere qualität das macht es den menschen schwer legal einzukaufen so jetzt halten wir mal oben auf deutschlandfunk auf audio weil da zum gleichen thema zur gleichen studie noch ein argument kommt warum das nicht sehr schnell ging in kanada mit den mit dem legalen markt in ontario etwa bis die provinz die strengen auflagen geprüft und den shops die notwendige lizenz erteilt hatte die riesigen extra angebauten mengen cannabis konnten nicht verkauft werden ja also es gab einführungsschwierigkeiten anfangs probleme und kanada hat tatsächlich sehr schnell auch die shops geöffnet nachdem das gesetz verabschiedet worden ist das hat nur drei monate gedauert oder so vom verabschiedeten gesetz bis die ersten shops eröffnet haben dauert normal viel länger weil dann erst lizenzen vergeben werden und die produktion erst anläuft ist kann das schon vorher passiert weil klar war cannabis wird legalisiert jedenfalls die produktion nur die shops haben eben nicht so schnell geöffnet und dann ist auch kein wunder ja also dass dann der schwarzmarkt langsam zurückgeht wenn ich in der gegend bin wo kein einziger shop in der nähe ist oder ich muss 300 kilometer fahren zum einkaufen ja dann kaufe ich halt da ein wo ich immer eingekauft habe und was ich immer gern sage bei dem thema ja dass es natürlich nicht von heute auf morgen geht also man kann ja einen florierenden schwarzmarkt mit milliarden umsetzen nicht wie ein lichtschalter ausknipsen hat dann am nächsten morgen nach der legalisierung auf einmal nur noch legalen markt ja natürlich ist das nicht so das bringt der forscher aus kanada noch mal schön auf den punkt noch mal deutschland funk wir hatten über 90 jahre einen gut laufenden illegalen markt für cannabis innerhalb von drei jahren sind immerhin die hälfte der konsumenten gewechselt und kaufen jetzt legal ein und es werden immer noch neue shops eröffnet und immer mehr leute wechseln es ist ein prozess und der braucht zeit immerhin drei jahre nach der legalisierung nach dem beschluss nach der eröffnung der shops ist jetzt weniger als die hälfte des marktes in kanada noch schwarzmarkt ja über die hälfte des umsatzes wird mittlerweile im legalen handel gemacht das ist schon mal ein erheblicher fortschritt aber natürlich trotz solcher meldungen findet professor tomasius dann doch noch irgendwie eine dramatische formulierung warum das alles ganz furchtbar ist so ähnlich wie letzte woche hat man auch schon mal ja wenn man dann nichts mehr machen kann gegen die statistik die sagt es gibt keine cannabis toten niemand stirbt an cannabis konsum dann macht er heraus ja die todesfolgen sind jetzt bei cannabis nicht so gravierend hat er da gesagt ja letztes mal so und jetzt kommt was sagt tomasius dazu dass nur noch 50 prozent des marktes schwarzmarkt ist wesentliche essenz ist die amerikaner kriegen die kontrolle nicht hin der legale und der illegalen markt bleiben nebeneinander bestehen ja er stellt es jetzt so dar als wäre es ja schlimmer als vorher weil es jetzt zwei märkte gleichzeitig gibt ein schwarzer und ein weißer ja zwei märkte auf einmal doppelt so schlimm wie vorher ja ein cannabis markt ist ja schon schlimm also nach der logik wäre ihm also 100 prozent schwarzmarkt lieber weil dann hätte nur einen markt ja das ist schon irgendwie ulkig auf was für sachen der man dann immer kommt dabei ist ja jedes einzelne prozent das dem schwarzmarkt entzogen wird ja wenn es nur noch 99 prozent schwarzmarkt gäbe und ein prozent nur in shops verkauft würde wäre das besser als vorher ja weil natürlich jedes prozent auch kriminellen strukturen entzogen wird die dann einfach das geld nicht mehr in der tasche haben die sogar in staatstasche dann lande zum teil übersteuern und welche geprüfte qualität im fachgeschäft habe was zum beitrag zur gesundheit der konsumenten ist nach nach seiner logik müsste man ja auch sagen ja wir müssen jetzt unbedingt zigaretten verbieten weil es gibt in berlin zum beispiel einen signifikanten schwarzmarkt ja die wird an öffentlichen stellen verkauft also richtige straßenverkaufsszene ja drogenszene und das ist messbar auf einer menge der zigaretten die geraucht werden es gibt einen cannabis einen zigarettenschwarzmarkt und da müsste man zigaretten komplett verbieten hat man nur noch einen markt ja und nicht zwei thomasius it is best so und dazu jetzt noch mal ein letzter ausschnitt vom deutschland funk doch wissenschaftler hammond glaubt dass es nur eine frage der zeit ist bis der illegale markt in kanada keine große rolle mehr spielen wird in den us-bundesstaaten in denen cannabis legal ist werde inzwischen zu 80 bis 90 prozent in den shops eingekauft so jetzt noch ein paar kleinigkeiten zum nachtisch da kommen wir zu luxemburg da hatte ich schon berichtet die pläne für die legalisierung sind leider gescheitert die hatten es ja im koalitionsvertrag drin stehen drei jahre später hieß dann keine legalisierung war wegen europarecht in irgendeiner zeitung habe ich jetzt gesehen ja die franzosen haben druck gemacht lag daran jedenfalls wurde auch damit gleichzeitig angekündigt dass der eigenanbau dafür aber bei also legalisiert werden soll weiterhin dass da noch was kommt ja nur die legalisierung eben nicht mit fachgeschäften und das haben sie jetzt konkretisiert und zwar soll es bis zu vier pflanzen pro haushalt geben hanfsamen sollen vollständig legalisiert werden auch ein interessantes detail für deutsche verhandler in koalitionsverhandlungen ja hanfsamen verbot weg da besitz und konsum in der öffentlichkeit sollen weiterhin nicht erlaubt sein aber der besitz von bis zu drei gramm soll keine straftat mehr sein sondern ordnungsfähigkeit mit strafen von 25 bis 500 euro ja keine ahnung wie die dann woran die dann die höhe festmachen es muss aber sowieso noch die details aufgeschrieben werden letztendlich verabschiedet werden im parlament als gesetzänderung das ist noch nicht so weit bis jetzt gilt das alles noch nicht aber so konkretisiert sich das dann langsam mit den plänen irgendwann nächstes jahr soll das dann wohl endlich verabschiedet werden ich hoffe sie kriegen überhaupt noch irgendwas geregelt da vor der wahl bevor die ganze legislaturperiode zu ende ist und ich finde jetzt auch die ergebnisse relativ mau ja also immer noch irgendwie strafe für bußgelder für den besitz von drei gramm ja was soll hat ist völlig unnötig aber viele würden sich dann sicherlich auch freuen wenn sie damit jetzt ein paar pflanzen legal anbauen dürfen ist auf jeden fall schon mal ein fortschritt besser als das was wir jetzt im moment haben aber hoffentlich nicht besser als das was wir in vier wochen haben new york noch eine letzte nachricht altfälle von verurteilten wie geht man damit um nach der legalisierung entkriminalisierung wenn da was sich tut wenn dinge bestraft wurden früher und in komputern festgehalten wurden die heute gar nicht mehr als strafwürdig dastehen ja wo man denkt war eigentlich gar nicht strafwürdig das auch für deutschland thema ja wenn jetzt hier in deutschland die ampel legalisiert dann wäre es gut gleichzeitig die ganzen alten einträge in polizeikomputern alte verurteilungen zu löschen einfach wenn die im prinzip den kriterien entsprechen nach denen heute das gleiche verhalten legal wäre es geht natürlich nie um irgendwelche dealer die mit knarren rumhantieren oder so sondern wirklich einfach konsumenten oder vielleicht auch den verkauf ohne waffen wenn man da keinen betrogen hat oder irgendwas new york hat das jetzt gemacht es gibt eine ganze reihe von us-staaten die das regelmäßig so machen ich glaube über 15 hat mittlerweile normal auf der seite aufgeschlüsselt und erwähnt die alle so vorgehen jetzt eben auch new york wo übrigens noch nie niemals sonst irgendwo nie wo nie wo sonst außer new york wurden mehr cannabis konsumenten verurteilt und hochgenommen und gejagt wie in new york das hat sich 2019 schon geändert da wurde schon beschlossen naja die konsumenten wollen jetzt mal entkriminalisieren ein bisschen in ruhe lassen schon da wurden 198.000 fälle gelöscht beziehungsweise versiegelt nennen die das da erstmal jedenfalls hat die polizei keinen zugriff mehr darauf wenn die den namen da intern eingeben ja googeln hätte ich jetzt fast gesagt so und jetzt hat new york aber letztes jahr die vollständige legalisierung beschlossen die geschäfte sind noch nicht auf der straße angekommen aber die entkriminalisierung und deswegen wurden jetzt 203.000 weitere fälle dem zugriff entzogen der behörden und werden jetzt zur löschung vorbereitet großes kino 400.000 verurteilungen und einträge in irgendwelchen registern von cannabis kriminellen die jetzt gar keine kriminellen mehr sind verschwinden in new york super niemand bestreitet dass cannabis gewisse risiken mit sich bringt insbesondere wenn jugendliche sehr sehr früh sehr sehr viel konsumieren darum sprechen wir ja auch über eine staatlich kontrollierte regulierte abgabe an erwachsener und das ist längst überfällig so jetzt noch die termine oldenburg trifft sich die ortsgruppe online sonntag 31 oktober montag 1 november die gruppe in region rhein-neckar planungstreffen nennen die das diesmal ja die denken sich immer neue namen aus und diesmal bedeutet das dass insbesondere leute erwünscht sind die mittel bis langfristig sich engagieren wollen und nicht nur mal so vorbei titschen und dann wieder weg sein sondern die die wirklich dabei sein wollen mit denen man eben auch längerfristige projekte planen kann die anderen sind dann beim nächsten mal gerne wieder willkommen natürlich also soll jetzt keine vergraulerei sein von schnupperkundeln in stuttgart 2. november trifft sich die ortsgruppe und im gruppe chiemgau also da sind die riesen habe ich kennengelernt jetzt auf der mary jane die fleißigen helfer die wir aus allen teilen deutschland aus unseren ortsgruppen hatten hatten super leute am stand ja groß kino fand ich super und aus chiemgau kamen lauter riesen die treffen sich am samstag 6. november und in braunschweig 9. november trifft sich ebenfalls die ortsgruppe und das war's für heute like dieses video glockt die abos und den kabal alles wisst ihr bescheid nächste mal sind wir wieder für euch da und ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend so weiter ja 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 Yes!